herzlich willkommen zu diesem kurzen kleinen knackigen video in diesem video will ich euch ganz schnell mal was zeigen und zwar wie man mit filmora 9 gesichter wegpixeln kann und auch das besondere bewegliche bilder wegpixeln kann dieses video wird wirklich nicht lange gehen das ist wirklich schnell erklärt man öffnet filmora 9 wie ich jetzt schon getan habe habe mir dann einen kleinen ausschnitt rausgesucht wo ich dann mit drauf bin und das einfach was man jetzt noch machen müsste ist einfach nur noch auf effekte klicken also erstmal das video reinladen unten auf effekte klicken und sich dann die gesichtsmaske raussuchen diese zieht man dann einfach auf die videospur und wenn wir auf play gehen sehen wir schon ist mein gesicht verpixelt und es folgt auch wir können das jetzt noch mal gucken ich habe es hier wirklich nur diese vier sekunden genäht und es verfolgt auch mein gesicht mit los geht das ist eigentlich ziemlich easy wir schauen uns einfach mal hier um noch dazu kann man dann auch ganz lustige sachen machen wie zum beispiel ich gehe jetzt mal wieder zurück wir machen wieder ein doppelklick auf die video datei mit den effekt schon mit reingeladen also ich habe mir wirklich nur die gesichtsmaske heruntergezogen doppelklick gehen hier unten auf video effekte klicken das quasi an und dann sieht man hier gesichtsmaske und dann kann man mir dann weiß ich nicht wir machen mir mal ein böses gesicht wir schauen uns einfach mal oder eine lustige niedliche katze oder ein halloween kürbis also man kann mir dann verschiedene sachen absetzen man kann dann lustige sachen machen man kann natürlich auch einfach nur das weg pixeln ich mache mir jetzt mal das hier finde ich ganz cool da machen wir jetzt vier sekunden wir schauen uns einfach mal hier um kommt mit los geht's genau und das war's schon mit diesem video wenn es euch gefallen hat das gerne daumen nach oben da ist vielleicht kommen jetzt immer noch mal ein paar filmura tutorials so kleine wer filmura hat und filmura 9 benutzt kann hier immer mal reingucken und ja sag ich mal auf wir sehen uns im nächsten video und ich sage auf morgen bis wiedersehen ciao bis zum nächsten mal tschüss ich ja Vielen Dank.